Direkt Multi-Hoch auf X4, direkt im ersten Spin. Mösch, Mösch! 370x-Pyte. Da haben wir die 10.000er Balance geknappt. Noch mal hoch auf X6 mit Multi. Das ist brutal. Und die A ist fast durchgezogen hier. Komm, hinten raus noch ein A. Noch ein Bruno, sehr schön. Ringe noch. Ja, und noch Kars dazu. Hier war man ja. Hier war man ja. Riffi! Ich kriege 1.400 Tage bezahlt. Das ist ja brutal, man. Das ist ja brutal, man. Das ist ja brutal, man. Komm schon weitermachen. Schade. Zerka hat mir Kummer. Zerka hat mir Kummer. Nummer 780 Tage. Da haben wir schon die 2.000er Marke geknackt hier. Und 5 Spins haben wir noch vor. Und Sticker. Ja, da müssen wir heute auf jeden Fall die Zeit aus der Marke knacken, damit wir mal nicht weiterspielen müssen. Das ist ja gut. Komm schon, rück nach vorne. Oh, die mach was. Come on, man. Weiter. Weitermachen. 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 Komm schon. Queens Knight. Brunnen Knight. Hinten raus. Sechste Walze mitnehmen. Gönn. Ja, mach doch keinen Scheiß. Digga. Das ist ja. Das ist unfassbar, ne? 860 Tage. Brudal. 3.000er Marke geknackt. Ich glaub's nicht. 3.084 Euro bezahlt, Leute. 3.084 Euro. Wir sind bei 9.460 Euro. Mit unserer Balance. Gut, da sind wir da. Das ist doch nicht. Das ist nicht normal hier. Hä? 2. 5. Töne. 3. 4. 5. 5. 9.